Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 51 Cent, wieder eigentlich gar nicht verändert der Preis von gestern. Dogecoin ist wieder 8% gestiegen, das ist auf jeden Fall sehr verwunderlich. Aber auch ein paar Coins im roten Bereich, also vor allem mehr Coins hier im roten Bereich als grüne Gewinner. Aber gut, das ist nun mal eben so. Bitcoin ist auch wieder ein bisschen abgeflacht. Deswegen nicht weiter verwunderlich, dass einige Coins da getankt haben. Und wir schauen einmal direkt rein, denn einfahren geht es hier los mit The Rev of Caneman. Denn AHAX hat jetzt mit Ripple einen neuen Deal unterschrieben. In dem Fall ist das Ganze ein spanischer Broker und die wollen mehrere hundert Millionen Dollar in tokenisierten Real World Assets auf den XRP über das nächste Jahr bringen. Heißt also 2025 wird extrem bullish und das ist jetzt nur in einfachen Strichen irgendein spanischer Broker. Also jetzt nicht mal irgendwie eine hochkarätige Bank, die jetzt sagt, komm, da machen wir jetzt mal hier richtig Welle. Sondern das Ganze ist quasi nur ein Broker, der sich jetzt dazu entschieden hat, den XRP Ledger zu nutzen für eben diese Tokenisierung bzw. diese Real World Assets. Und das ist eben auch genau das, wofür der XRP Ledger da ist. Am Ende des Tages möchte man ja auch, dass möglichst viele Transaktionen passieren und dass möglichst auch viele verschiedene Banken, Institutionen und natürlich auch Retail Investoren, Kunden, wie wir im Endeffekt halt das Ganze nutzen und darüber aktiv sind. Denn Volumen bzw. Aktivität auf dem XRP Ledger, das bringt uns alle quasi weiter voran und das wird hier auf jeden Fall auch der Hauptmotivator sein. Deswegen hier super spannende News. Wer noch mal mehr Informationen dazu haben möchte, findet hier auf Ledger Insights noch mal den ganzen Artikel dazu. Und kann sich natürlich gerne noch mal in diese einzelnen Thematiken hier reinlesen, wie viel Geld genau bis wann jetzt noch mal so auf dem Spiel steht. Aber 2025 wird auf jeden Fall ein mega bullisches Jahr und ich denke auch in diesem Jahr ist schon einiges passiert, wenn man sich jetzt mal anschaut, wo wir am 01.01. diesen Jahre standen und wo wir jetzt eben schon sind. Da hat man schon auf jeden Fall einiges mitnehmen können und ich hoffe natürlich, dass 2025 jetzt noch mal extrem bullisch wird. Dann geht es weiter von VET, denn hier haben wir einmal die Zusammenarbeit zwischen dem XRP Ledger und dem Axela Netzwerk. Das ist jetzt hier in dem Fall gelauncht bzw. wird auch mit dem RLUS-Dollar kompatibel sein. Und dieses Axela Netzwerk ist eben darauf spezialisiert, die ganzen verschiedenen Netzwerke, also alle Kryptonetzwerke, die ihr so kennt, untereinander hier zu verbinden. Und da schreibt VET eben, wie wird die Community jetzt reagieren bzw. was wird man jetzt daraus machen, dass man eben mit diesen ganzen anderen Netzwerken hier auch interagieren kann. Darunter sind sehr bekannte Netzwerke, das Ethereum-Netzwerk, AVAX, BNB oder auch Optimism, Polygon und so weiter, das kennt ihr natürlich alle. Aber es gibt eben auch sehr unbekannte Netzwerke, die jetzt vielleicht noch gar keine so große Rolle gespielt haben. Beispielsweise hier FunctionX beispielsweise sagt überhaupt nichts. Auch Juno habe ich zwar irgendwie schon mal gesehen, aber sagt mir jetzt auch nicht großartig was. Stargaze, Aura, HQQ und so weiter, also keine Ahnung, was das für Netzwerke sind, aber hoffentlich eben große und tolle Netzwerke. Und deswegen hoffe ich eben, dass man davon profitieren kann, wenn diese ganzen Coins jetzt alle miteinander verbunden sind. Wer noch mal genaueres zu diesem Thema erfahren möchte, wir haben hier einmal die Meilensteine sozusagen und die neuen Integrationen, die jetzt starten, sind eben unter anderem Stellar, also XLM, Bitcoin und natürlich XRP bzw. der XRP Ledger. Finde ich auf jeden Fall super, unter anderem ebenfalls noch Solana und Hedera, also auch die sind natürlich sehr, sehr interessant. Und noch weiter, beispielsweise hier die Eigenlayer oder den Aigenlayer, wie man nochmal aussprechen möchte, Babylon von Bitcoin und so weiter und so fort. Also ja, ich bin sehr gespannt, ich freue mich natürlich darauf und das wird jetzt hier innerhalb der nächsten Wochen und Monate tatsächlich sehr, sehr gut kommen. Dann geht es weiter von Subjective Views und zwar hier einmal von Jim Green, denn wir haben hier den Global Head of Policy. In dem Fall ist das der gute Mann hier und er ist jetzt bei Ripple angestellt. Er wurde jetzt von Ripple angestellt, ist jetzt der Vizepräsident of Global Policy bei Ripple und hat tatsächlich vorher bei sehr vielen Politikern mitgearbeitet. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, also war auf jeden Fall da in diesem Regierungsumfeld schon damals mit dabei. Und ja, ich denke mal, das macht man nicht mal eben so, beziehungsweise da ist man nicht mal eben so drin und ist da irgendwie Finanzdirektor für direkte Angelegenheit der Regierung. Also das ist ja schon ein sehr hohes Amt, muss man sagen. Und dass Ripple sich so ein Hochkaräter da jetzt angeln konnte, ist wahrscheinlich eine sehr große Ehre, sowohl für Ripple, aber auch natürlich für den guten Jim, denn Ripple ist ja auch eine große Firma. Von daher bin ich sehr gespannt, was er da uns beizutragen hat und ich hoffe, er wird sich auch eine gewisse Twitter-Präsenz aufbauen. Ich finde das nämlich immer ganz schön, wie Stuart Altarodi das auch immer hier auf Twitter postet, die ganzen Updates gibt. Und da jetzt eben hier Global Policy at Ripple Vizepräsident ist, ist er natürlich jetzt auch in der Verantwortung, uns als Community ein bisschen zu informieren, was in dem Bereich Policy und so weiter bei Ripple auch abgeht. Was aktuell aber auch noch komplett abgeht, sind gewisse Meme-Coins auf dem XRP Ledger. Es gab jetzt schon die ersten Meme-Coins, die jetzt hier auf beispielsweise BitTrue gelistet werden. In dem Fall hier AllTheMoneyATMX ist jetzt bald als Spot-Trading auf BitTrue verfügbar. Musste ich auf jeden Fall ein bisschen lachen. Also ja, das ist schon auf jeden Fall wild, was das hier für Ausmaße annimmt. Natürlich ist BitTrue allgemein immer sehr XRP nah und treu gewesen, das muss man auch dazu sagen. Aber in dem Fall wird es jetzt bald eben hier Spot-Trading geben. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, den Coins zu handeln, dann wird das da bald auf BitTrue verfügbar sein. Und natürlich werden auch bald andere Coins wahrscheinlich dann auch folgen. Das sind halt eben diese ganzen Meme-Coins hier, die jetzt gerade auf dem XRP Ledger passieren. Was man allgemein von Meme-Coins hält, das ist natürlich euch überlassen. Ich persönlich bin jetzt kein großer Fan, respektiere aber natürlich, wenn Leute sich in diesen Dschungel reinbegeben und damit ein bisschen Geld machen, auf jeden Fall. Aber trotzdem muss man sagen, immer mit Vorsicht genießen. Ihr wisst, es ist ein Spiel mit dem Feuer, da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Und apropos Listing und so weiter, wir haben hier von Brian Armstrong einmal ein Coinbase-Bashing sozusagen, denn Justin Sun antwortet auf einen Tweet von Brian Armstrong. Brian Armstrong sagt dann hier, das Listing auf Coinbase ist immer free, also niemand bezahlt dafür irgendwas. Wir listen alle Coins, die wir irgendwie für gut und sinnvoll in dem Fall halten. Das ist ja immer so ein leidiges Thema mit dem Thema Listing-Fee. Viele Börsen nehmen da teilweise 50, 60, 70.000 Dollar, alleine nur für das Listen quasi von diesen Coins. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr kritisch teilweise. Und erstmal ist diese Aussage natürlich ziemlich schön, dass sie sagen, eigentlich listen wir die ganzen Coins for free. Aber Justin Sun, ihr wisst, der Typ von Tron, der hat sich dann mal hier eingeschaltet und gesagt, ja, also Binance, da stimmt das. Die haben uns tatsächlich 0 Dollar damals berechnet für das ganze Listing. Aber Coinbase, Leute, da war auf jeden Fall ein bisschen mehr im Spiel. Auf der einen Seite wollten sie, dass 500 Millionen Tron, in dem Fall ungefähr 80 Millionen Dollar an Wert, dort deponiert werden. Und nochmal zusätzlich 250 Millionen Dollar in Bitcoin-Reserven. Das ist ja komplett verrückt. Das sind auf jeden Fall mehrere hundert Bitcoin. Komplett crazy. In dem Fall wollte er das nochmal ganz klarstellen und sagt ja hier auf jeden Fall Respekt an Coinbase und so weiter. Aber es ist einfach nicht wahr. CZ bedankt sich nochmal für den Support, weil das natürlich hier ein konkurrierendes Exchange quasi ist. Aber er sagt dann hier, trotzdem sollten wir diese Crote-Attacks, also quasi dieses öffentliche Anpranger und davon einfach irgendwie wahrscheinlich unterlassen. Das hilft auf jeden Fall nicht und er hätte das natürlich auch hier in dem Fall mit Brian Armstrong persönlich klären können. Ist auf jeden Fall so, gar keine Frage. Aber man muss eben auch mal schauen, wie das hier in Zukunft noch weiter verläuft mit Coinbase, Binance und so weiter. Dann geht es noch weiter und zwar von Crypto Rover, denn hier haben wir einmal den ETF Inflow und Outflow bei Bitcoin. Und wir hatten ja jetzt in zwei Tage jetzt hier einen sehr, sehr großen Inflow, teilweise 700, 800 Millionen Dollar an einem Tag. Und jetzt hatten wir tatsächlich den zweitgrößten Outflow, also Outflows quasi, den es eigentlich jemals gab. Und zwar 540 Millionen Dollar, die da abverkauft und rausgeflossen sind. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, das ist alles sehr, sehr dramatisch. Aber aus meiner Sicht, und das ist jetzt eigentlich nochmal so eine subjektive Einschätzung, sind wir eigentlich good to go. In dem Fall, dass der Bitcoin-Preis natürlich nach wie vor sehr, sehr hoch ist. Wir sind knapp bei 69.000 Dollar, das heißt also auch mit diesen 500 Millionen weniger, die jetzt aus den ETFs geflossen sind, sind wir immer noch bei super hohen Preisen. Man darf nicht vergessen, damals hat Bitcoin ja auch sein Allzeithoch permanent geknackt, auch ohne irgendwelche ETFs und so weiter. Das heißt also, diese ETFs sind ja im Zweifelsfall eher nur noch positiv dazu zu rechnen und nicht jetzt eben wie eine große Gefahr, wo man sagt, oh, die werden jetzt in den Preis eben hier runterdampen auf 10.000 Dollar pro Coin oder sowas halt. Deswegen würde ich mir da überhaupt keine Sorgen machen. Natürlich lohnt es sich immer, diese Statistiken zu betrachten, aber ihr seht schon, an einem Tag kann es mal extrem runtergehen, aber es kann auch wieder Tage geben, in denen der Preis dann halt massiv hier ansteigt. Kurz zwischendurch, aktuell läuft ein sehr interessanter Pre-Sale und zwar von dem Pepe-Meme. Das Ganze ist hier auf der Webseite pepe-meme.io und dort kann man gerade deren Pre-Sale begutachten. Das Ganze ist ein Meme-Coin auf der Solana-Chain und das White Paper findet man auch direkt hier. Das Ganze, wie gesagt, ist gerade noch in der Pre-Sale-Phase, das heißt, Leute, die jetzt da frühzeitig mit einsteigen wollen, können da jetzt mit dabei sein. In dem Fall ist es natürlich ein Meme-Coin, muss man ganz klar sagen und hat natürlich die typischen Charakteristika von einem Meme-Coin. In dem Fall wurden bereits über eine Million Dollar hierfür geraced und sie wollen in Zukunft verschiedenste Apps rausbringen, wie beispielsweise Tap-to-Earn, AirDrop, Hub, PvP und Social Media Connected in einer App zusammen mit vielen verschiedenen Spielern. Es lohnt sich auf jeden Fall mal die Roadmap anzuschauen, denn hier sehen wir einmal, welche Meilensteine schon erreicht wurden. Auf der einen Seite haben sie bereits die ganze Community gestartet aufzubauen, schon über 500.000 Mitglieder sind hier mit dabei. Und wenn man hier mit dabei sein möchte, kann man ganz einfach auf den Link unten klicken und kommt dann hier zum Dashboard. Dort verbindet man dann oben seine Wallet und kann dann hier ganz easy auswählen, was man bezahlen möchte, beispielsweise jetzt USDT, gibt dann hier den Betrag ein und klickt auf Buy Now. Und dann kann man sich eben anmelden mit den verschiedenen Wallets, die man so installiert hat und dann kann man hier eben mit dabei sein. Insgesamt wollen sie 24 Millionen Dollar raisen, das sehen wir dann hier einmal und der Return-of-Investment-Calculator ist dann hier ebenfalls mit dabei. Sagen wir also mal, wenn man so viele Coinsets hat, kann man natürlich dann hier entsprechend den Kalkulator anschmeißen und dann gucken, wie viele Dollar man damit dann verdient. Alles weitere findet ihr auch auf der Website einmal verlinkt und jetzt geht es weiter mit dem Video. Und bevor wir noch zu einer ganz, ganz seltsamen Story kommen, habe ich hier noch einmal die Liquidität aufgelistet. Also die Bitcoin-Liquidität, wann, wo, wie viel Geld liegt. Und wie gesagt, meine Prediction wäre definitiv, dass man sich nochmal diese Liquidität holt. Die müsste ungefähr bei 67.000 ziemlich genau nochmal sein. Das heißt, da wird es wahrscheinlich nochmal hin droppen und dann könnte man sich eben hier nach oben hin schön die Liquidität snacken bei 71.000, 72.000 so ungefähr. Das ist eigentlich hier so, wie man aktuell am meisten Geld machen kann. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt immer richtig ist oder sowas, aber ich glaube einfach schon, dass das ein realistisches Movement ist. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, ob das hier aus eurer Sicht auch sinnvoll ist. Aber ich glaube, das kann man schon recht gut antizipieren, dass hier zwei sehr große Magnete quasi sind. Und ich hätte ja gesagt, wir haben jetzt noch eine ganz seltsame Story, denn tatsächlich haben wir hier eine Bank, eine Weltbank tatsächlich. Und die hat auf einmal gesagt, ah Leute, wir haben da ein bisschen Geld verloren. Das tut uns auf jeden Fall leid. In dem Fall 24 Milliarden Dollar. Und dann haben sie gesagt, ja, also sorry nochmal, wollen wir uns auch mal für entschuldigen. Aber wir finden die einfach nicht wieder. Wir wissen nicht, wo die sind. So in der Form. Wurden jetzt zwar auch nicht gestohlen, also war jetzt nicht irgendwie, dass da ein Hack passiert ist, ein Einbruch und auf einmal haben da eben welche Leute da die Euroscheine rausgetragen. Nee, überhaupt nicht. Es war einfach so, dass man dieses Geld quasi nicht mehr finden kann, beziehungsweise man weiß nicht mehr, wo das liegt. Joach, also so kann es auf jeden Fall auch laufen. Hört sich natürlich immer skurril an, ist aber in dem Fall Realität. Und ja, man hat hier einfach gesagt, wir haben das Geld verloren. Und auch wenn es jetzt keine europäische Bank oder sowas halt hier ist, aber ich würde auf jeden Fall aufpassen, weil ganz ehrlich, Banken können auch auf einmal das Geld verlieren und dann sagen, tut uns ja leid, aber wir haben kein Geld und das finden wir auch nicht wieder. Und dann habt ihr euer Geld verloren. Also das mal nur so nebenbei. Haben wir natürlich wie immer noch ein Fun-Tweet und zwar hier von WallStreetBets und zwar das große Aufeinandertreffen links Bitcoin, rechts Ethereum. Zwei große Physiker quasi, die sich unterhalten und dann in der Mitte Solana mit freshem Outfit und so ein bisschen, ja, man könnte schon fast sagen, fehl am Platz. Naja, es gibt natürlich einige Solana-Fans, die sagen würden, nein, das stimmt natürlich nicht, aber so ungefähr sehen es wahrscheinlich die meisten Leute abseits von Solana-Ultras. Und ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zur neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.